Und jetzt also zum zweiten Mal die Kombination 1-2 in der Reihenfolge Michael Schumacher-Philippe-Masser. Ja, also da war gerade wirklich eine Menge Erleichterung zu hören hier beim Team Radio, das wir mitbekommen haben. Und Kimi hat Bedenken, dass da unter Umständen irgendetwas doch noch Feuer fangen könnte an seinem Auto. Das Hitzeschild, das Hitzeschild ist ja schon so oft überbeansprucht worden an dem Auto. Ja, und das hat man da lieber mal ein bisschen Lösschaum noch rein. Kühlung tut gut bei mittlerweile 34 Grad Lufttemperatur.